Willkommen in meiner Werkstatt. Wir gucken uns heute mal einen Werkzeugvergleich an. Wir vergleichen heute zwei Werkzeuge. Und zwar einmal diese hier, das ist die Tauchsäge TS55 von Festool und die Bosch, die GKT55. Und wenn du wissen willst, was da die Unterschiede sind und vor allem die Feinheiten sind, dann bleib dran. Im letzten Video in den Werkstatt News 3 2022 habe ich ja über das Thema Splitterschutz gesprochen. Ich habe euch da ein paar Tipps gegeben. Das Video verlinke ich dir hier oben. Und habe euch auch gleichzeitig hier einen neuen Zugang letztendlich in meiner Werkstatt vorgestellt, nämlich die TS55 von Festool. Und ja, ich habe die Frage gestellt, ob es euch interessiert, warum ich diese Säge zusätzlich gekauft habe zu der, mit der ich ja zufrieden war. Und eure Zuschriften waren sensationell. Also ihr wolltet, wollten sehr viele wissen. Teilweise dann auch per Mail noch zugeschrieben und haben ganz spezielle Fragen gehabt dazu und, und, und. Ja, also, ich will euch heute in diesem Video auch die Frage beantworten, warum habe ich diese Säge dazu gekauft, was waren die Gründe dafür. Denn diese Säge soll ja ganz offensichtlich, wenn man allen Videos im Netz Glauben schenken darf, sollen ja irgendwie ähnlich sein oder gleich sein. Ist aber nicht so. So, an der Stelle sei gesagt, beide Maschinen sind gekauft von mir. Die sind nicht von Bosch oder von Festool bereitgestellt worden für diesen Test, für diesen Vergleich, sondern das sind meine Maschinen. Die habe ich bezahlt. Und dieses Video ist überhaupt nicht gesponsert von irgendjemandem. Das ist wichtig für euch, weil letztendlich soll der Test ja für euch im Grunde genommen eine Aussage haben. Soll entweder eine Kaufentscheidung sein oder was auch immer. Ich habe nur diese beiden. Ich habe keine Muffel oder ich habe nicht noch eine weitere Säge dazu. Eben, weil ich es eben auch selber gekauft habe. So, aber ich möchte die beiden vergleichen. Und deswegen beginnen wir einfach mal mit den, ja, ich sage mal mit den Leistungsdaten. Mit den Daten, die, ja, jetzt diese Säge so im Groben beschreiben. So, beginnen wir mit der Leistung. Leistung Bosch, 1400 Watt, Festool 1200 Watt. Wir haben 200 Watt Unterschied. Ist das kriegsentscheidend? Ich weiß es nicht. Ich bin mit beiden Sägen immer gut durchgekommen. Ich bin nie an die Leistungsgrenze gekommen und wir müssen uns darüber im Klaren sein. Was ist das, was schneidet? Schneiden tut nicht die Maschine, sondern das Sägeblatt. Wenn das Sägeblatt scharf ist, dann glaube ich, reichen auch 1200 Watt aus. Also zumindest war das in der Vergangenheit bei mir so. Und wir kommen aber nachher noch zu einem Feature, was die 1200 Watt hier absolut rechtfertigt. Denn klar ist, das Sägeblatt sägt und wir müssen mit dem Sägeblatt durch das Holz durch. Es ist entweder die Schnitttiefe oder die Tatsache, dass das Holz, also wenn ihr Massivholz bearbeitet, dass das einfach eine Spannung hat und diese Spannung so ein bisschen euer Sägeblatt einklemmt. Wenn es das einklemmt, dann braucht er Leistung, um dass es eben fortgeführt wird. Um dass der Sägeschnitt einfach fortgeführt wird. Und das ist etwas, was die Festool eigentlich gar nicht braucht. Und das zeige ich euch aber nachher. Ein weiteres Leistungsmerkmal sind Drehzahl der Maschine. Wir haben also hier bei der Bosch eine Drehzahl zwischen 3600 und 6250 Umdrehungen. Wobei die maximale Leistung bei 5900 Umdrehungen, also das ist das, was sie stabil hält. Sprich die 6250 Umdrehungen ist eher so die Möglichkeit, wie dreht der Motor im Leerlauf. Wenn sie unter Last steht, dann ist die maximale Drehzahl 5900. Hier bei der Festool liegen wir bei 2000, also sie dreht wesentlich langsamer oder kann langsamer drehen. Und die Höchstdrehzahl sind 5800. Beide Maschinen sind elektronisch geregelt. Das heißt also, die Drehzahl bleibt konstant. Kommen wir zum Gewicht. Hier sind es 4,3 Kilo und hier sind es 4,7 Kilo. Und bei 4,3 und 4,7 würde ich schon sagen, hier hat die Festool so ein bisschen einen kleinen Vorteil. Denn wenn ihr euch vorstellt, ihr schleppt ständig 4,7 Kilo, stellt die auf die Führungsschiene und fangt wieder an zu sägen, dann ist das schon ein Unterschied, wie wenn ich eine leichtere Maschine hochhebe. Also von daher ist das vielleicht so ein Viertelspunkt für die Festool. Der wesentliche Unterschied ist die Kabelanbringung. Das heißt also, wir haben hier ein festes Kabel, hier ein festes Kabel an der Bosch und wir haben ein Plug-in-Kabel oder ein abnehmbares Kabel bei der Festool. Was die Länge anbetrifft, wollen wir mal gucken, wie die Längen sich verhalten. Und wenn wir hier einfach mal die Kabel aneinander halten und so zusammenziehen, schauen wir mal, wie lang die sind. Ja, nimmt sich nichts. Ihr seht, es ist letztendlich gleich lang. Es sind 4 Meter. So, kommen wir zum Thema Sägeblatt und Schnitttiefe. Beim Sägeblatt hier haben wir hier ein 165er Sägeblatt, also 165 Durchmesser. Wir haben hier eine Welle oder ein Aufnahmeloch von 20 Millimetern. Das Original-Sägeblatt ist etwas dicker im Kern, das heißt also im Blatt selber, nicht der Zahn, sondern das Blatt selber. Wir liegen hier bei, ich meine 1,3 Millimetern und der Schnitt liegt bei 1,8 und hier sind es 1,2 Millimeter und ich meine 1,7 im Schnitt. Das Sägeblatt hier hat einen Durchmesser von 160, also etwas kleiner, 5 Millimeter kleiner im Durchmesser und aber auch eine 20er Aufnahme. So, jetzt hat man natürlich das Problem, wenn man beide Sägen hat, so wie jetzt bei mir, dass dieses Sägeblatt größer ist als das, das heißt also dieses Sägeblatt kann ich hier nicht drauf verwenden. In der Schnitttiefe hat die Bosch leicht die Nase vorne. Hier sind wir bei der maximalen Schnitttiefe, das heißt also ohne Führungsschiene, sind wir hier bei 57 Millimeter. Bei der Festool sind wir bei 55 Millimeter im geraden Schnitt, also 90 Grad. Unter 45 Grad schneidet sie hier 43 Millimeter und diese hier 42 Millimeter. Also hier ganz klar die Bosch ein bisschen die Nase vorne und wenn man Massivholz schneidet, dann weiß man, wenn du eine Bohle kaufst mit 52, 53 Millimetern, dann kann es schon sein, dass man mit der Festool nicht mehr durchkommt und hier die Bosch braucht. Und die schafft dann die letzten zwei, drei Millimeter, um die Bohle komplett aufzutrennen. Also Vorteil für die Bosch. So, drehen wir mal die beiden Sägen nach vorne und schauen uns hier mal die Skalierung an. So, beide Sägen haben also hier eine Einstellmöglichkeit. Hier mit der Festool drückt ihr einfach nach innen und könnt dann dieses Rädchen verstellen oder beziehungsweise diesen Schieber verstellen. Ihr habt dann hier die Anzeige mit FS, also Führungsschiene und hier ohne Führungsschiene, die jeweilige Schnitttiefe. Und bei der Bosch ist es ähnlich, da wird eben auch hier verstellt und dann habt ihr hier so einen drehbaren Zeiger, den man einmal hier ohne Führungsschiene die Tiefe einstellt und einmal mit Führungsschiene. Der wesentliche Punkt und der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden ist, dass die Festool hier noch eine Feineinstellungsmöglichkeit hat. Ihr habt also hier ein Rädchen, das könnt ihr nach oben oder nach unten drehen und könnt also hier noch die Feineinstellung vornehmen. So, und dieser Anschlag, der schlägt ihr dann hier unten auf diesem schwarzen Rädchen an und kann eben dann nach oben oder nach unten eingestellt werden. Das hat die Bosch so nicht. Der Werkzeugwechsel ist bei beiden Maschinen ähnlich. Ihr habt also hier einen Hebel, den ihr nach oben legt und dann, wenn ihr die Säge leicht auf die Seite legt und nach unten drückt, rastet irgendwann die Maschine ein und ihr könnt die Maschine auf den Kopf legen oder beziehungsweise auf die Seite legen. Das Blatt ist arretiert und ihr könnt hier an dieser Schraube das Sägeblatt wechseln. Bei der Bosch genau dasselbe Spiel, also auch hier, der Hebel wird nach oben gelegt, dann wird die Maschine eingerastet, auf die Seite gelegt, das Blatt ist eingerastet und ihr könnt auch hier mit der Schraube das Sägeblatt ausbauen. Beide Maschinen tragen da ihren Imbusschlüssel mit sich, hier bei der Festool und hier bei der Bosch. Also beide haben quasi ihr Werkzeug mit an Bord. Ich habe euch ja anfangs erwähnt, dass die 1200 Watt gegebenenfalls für die Festool ausreichend sind. Ich will euch jetzt zeigen, warum das ist und zwar schaut mal her. Die Festool hat hier einen Spaltkeil und der Spaltkeil ist ja bei der Tischkreissäge im Grunde genommen ein unerlässliches Tool, ein Sicherheitstool und hier bei der Festool ist das auch der Fall. Das fehlt hier bei der Bosch, gibt es hier leider bei der Bosch nicht und wer schon mal Massivholz geschnitten hat, der weiß, was so ein Spaltkeil wert ist. Das ist nämlich ein Sicherheitselement. Und das war für mich ein entscheidendes Kriterium zu sagen, diese Säge möchte ich gerne zum Schneiden von Massivholz haben. Schauen wir uns mal das Gehäuse oder das Chassis als solches mal ein bisschen genauer an. Dann haben wir hier, sehen wir hier bei der Bosch, zwei so kleine Rädchen, also einmal hier und einmal hier. Und damit stellt ihr die Bosch spielfrei auf der Führungsschiene ein. Ihr verstellt dadurch diese schwarzen Kunststoffbacken und damit könnt ihr auf der Schiene hier das Ganze spielfrei einstellen. Genauso bei der Festool. Die Festool hat eben auch hier diese Rädchen und hier diese Backen dazu, beziehungsweise diese Schienen, diese Kunststoffschienen, um auch hier spielfrei auf der Schiene laufen zu können. Gucken wir uns mal beide Gehäuse genauer an, dann seht ihr, dass die Festool hier flach ist. Die ist also hier flach. Das heißt am Klartext, ihr könnt mit dem Sägeblatt direkt an eine Wand rangehen, wenn ihr Fußboden schneidet oder was auch immer. Das geht mit dieser Säge wirklich perfekt gut. Ihr könnt relativ weit rangehen. Der Abstand hier maximal ist 1 cm. Schauen wir uns die Bosch hingegen dazu an. Die Bosch hat hier so eine Austragung. Da läuft quasi die Absaugung drin. Das heißt von diesem Punkt bis hierher sind es 1,5 cm und vom Gehäuse zum Sägeblatt sind es wieder 1,5 cm. Das heißt ihr müsst maximal 3 cm von einer Wand, an der ihr entlangfahrt oder an einem Werkstück, an dem ihr entlangfahrt, wegbleiben. Der Schnitt kann eben 3 cm nur im Abstand erfolgen. Und das ist aus meiner Sicht ein klarer Vorteil für die Festool. Also wenn ihr hier einen Boden verlegt oder sonst irgendwelche Dinge direkt an der Wand abschneiden müsst, dann seid ihr mit der Festool hier besser beraten. Kommen wir zu dieser Skalierung oder zu dieser Einstellmöglichkeit, denn ihr könnt ja die Sägen, beide Sägen, könnt ihr ja kippen oder neigen, um einen Schnitt zu machen, der einfach eine gewisse Gradzahl hat. Beginnen wir mit der Bosch. Die Bosch hat hier einen Hebel, den dreht ihr auf. Und hier auch. Den dreht man hier auf. Und dann kann man diese Bosch eben neigen. So, und zwar von 0 bis 45 Grad im ersten Moment. Das ist so die Standardeinstellung. Und bis 47 Grad hier oben, beziehungsweise minus 1 Grad als sogenannten Hinterschnitt. So, die Einstellmöglichkeit bei der Bosch ist eben bis minus 1 Grad oder von minus 1 Grad bis 47 Grad. Wobei der Pfeil, wenn wir den Pfeil mal anschauen, dann ist der jetzt nicht so filigran ausgebildet hier, sondern mehr stumpf. Und das ist etwas, was mir nicht so gut gefällt, weil man dann eben die Sache nicht super genau einstellen kann. Also da braucht man ein bisschen Augenmaß dazu, um das sauber einzustellen. Das hätte ein bisschen besser ausgeprägt oder ein bisschen schärfer, als welches auch hier aufgebracht werden können. So, die Festool eben auch hier minus 1 Grad bis plus 47 Grad einstellbar. Wobei der Pfeil hier, wenn ihr den hier seht, das ist ein Kunststoffteil. Es ist also nicht hier in diesem Aluminiumgehäuse eingebracht, sondern das ist ein eigenes Kunststoffteil. Und dieses eigene Kunststoffteil ist doch sehr scharf und sehr filigran angeordnet, beziehungsweise ausgebildet. Insofern ist die Einstellmöglichkeit hier wesentlich leichter. Kommen wir jetzt mal aber zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, hier die Festool muss her, weil die Einstellung hier einfach aus meiner Sicht besser erfolgt. So, beginnen wir zunächst mal bei der Bosch. Die Bosch hat ja hier diese kleinen Hebel, die werden geöffnet. Und dann könnt ihr die Maschine so verstellen. Ihr stellt also hier bis 45 Grad. Und auch hier seht ihr schon, wenn ihr das hier einfach mal an einen Anschlag laufen lasst, seht ihr hier schon die Ungenauigkeit dieses Pfeils. Also dieser Pfeil als solches, der zeigt eben hier nicht auf die 45 Grad, sondern auf fast sogar schon 46 Grad. Also von daher war das für mich so ein bisschen auch eine, ich will sagen, Präzisionsfrage. Und um auf 47 Grad zu gehen, müssen wir hier einen Knopf drücken. Dieser Knopf, wenn ihr den drückt, dann springt die Säge weiter. Ihr habt es gesehen. Jetzt ist der Zeiger hier auf 47, ja, so ganz leicht sogar drüber raus. Also da stellt man sich dann schon die Frage, warum ist das so? Warum läuft der drüber raus? Muss ich den von Hand so zurückstellen und dann arretieren? Ich finde das nicht so glücklich. Da hätte eigentlich ein vernünftiger Anschlag dran gehört, um hier die exakten 47 Grad einzustellen. Und auch hier bei der Einstellung der 1 Grad, da habt ihr da hinten einen Knopf. Also hier ist dieser Knopf. Und wenn ihr den drückt, dann fällt die Säge nach innen. Das habt ihr gesehen. Und dann haben wir hier den Zeiger bei minus 1 Grad stehen. Ja, hier passt es einigermaßen. Also von daher ist die Einstellung für mich in Ordnung. So, und wenn wir jetzt zurückgehen und von aus der 45 Grad Position zurück auf 0 wollen, dann drücken wir keine Knöpfe, lassen die Knöpfe alle unberührt und fahren die Säge einfach zurück. So, und dann stellt man fest, dass hier in diesem Bereich, in dieser Führung ein kleiner Anschlag da ist. Da muss irgendeine Nut sein und wenn man hier zudreht, dann sollte die 0 Grad Stellung auch erreicht sein. Wenn wir uns aber dann vorne hier die Möglichkeiten, die dann noch existieren, weil hier existiert kein Anschlag. Das heißt, wir haben hier bei der Einstellung doch sehr viel Spiel. Also ihr seht auch, es ist kein Anschlag drin. Ja, das heißt, wenn ihr das irgendwie mit einem falschen Druck aufs Gehäuse macht und zuzieht, dann habt ihr eben diese Säge als solches auf diesem Tisch oder auf diesem Arbeitstisch, auf diesem Führungstisch ein bisschen schräg verspannt. Das kann hier passieren. Und das führt unter Umständen dazu, dass die Säge einfach keinen sauberen 90 Grad Schnitt durchführt, weil eben hier Spiel drin ist. Man hätte hier, aus meiner Sicht hätte man hier zwei Anschläge machen müssen, um letztendlich die Säge wieder wirklich sauber in eine 0 Grad Stellung zurückzuführen. Das ist für mich ganz essentiell. Schauen wir uns die Festool an. Die hat ja auch diese 45 Grad Einteilung, also auch von minus 1 bis 47 Grad. Und schauen wir mal, wie dies gelöst hat. So, bei der Festool lösen wir eben auch hier diese Schrauben. Und dann können wir die Säge nach hinten verstellen, bis 45 Grad im ersten Ansatz. So, und jetzt zeige ich euch, oder hört mal her, vielleicht hört man es, die Säge läuft ganz, ganz klar an einen Anschlag. Die läuft also in einer Nut an einen Anschlag. Und wenn wir uns dann die Anzeige dazu anschauen, dann steht die exakt bei 45 Grad. Um auf die 47 Grad zu kommen, müssen wir diesen kleinen Knopf nach außen ziehen. Und dann können wir die Säge um zwei Grad weiter nach hinten schieben. So, und auch hier seht ihr wieder, der Zeiger steht exakt auf 47 Grad. So, beim Zurücklaufen, habt ihr auch gehört, der Knopf schnappt wieder rein und läuft wieder in einer Nut. So, und wenn wir das Ganze jetzt auf 0 Grad runterfahren, dann hört ihr auch da wieder einen Anschlag. Und das sind in dem Moment, sind es zwei Anschläge. Nämlich einmal hier und einmal hier. Und das ist für mich, das war für mich wichtig. Und jetzt, um auf die Minus ein Grad zu kommen, müsst ihr wieder diesen Knopf hier öffnen. Hier, und da gibt es jetzt auch einen kleinen Hebel. Den müsst ihr auch öffnen und dann fällt die Säge auf 1 Grad Minus. Das heißt für mich, hier haben wir einen Anschlag und wir haben hier einen Anschlag. Denn wir öffnen hier einmal und wir führen den Hebel nach vorne. Und dann haben wir hier diese Minus ein Grad. Sprich, wenn ich wieder nach oben gehe, rasten beide Dinge wieder ein und ich kann wieder auf 0 Grad zurück. Das heißt, es ist sichergestellt, dass diese Säge wieder auf 0 Grad steht. Und jetzt zeige ich euch nochmal eine Feinheit bei der Festool. Ist übrigens erst seit den neueren Modellen hier verbaut. In den vorherigen Modellen war das nicht so. Das ist jetzt bei den neuen so, dass dieser Hebel hier ein Kunststoffteil ist. Das läuft hier runter und sitzt hier in Form eines Bolzens im Gehäuse. Hier drin ist wiederum eine Schraube, eine kleine Madenschraube, die mit dem Imbusschlüssel bewegt werden kann. Und diese Schraube bewegt sich nach hinten oder bewegt sich mit und kann, ihr erratet es wahrscheinlich, eingestellt werden. Sprich, diese 0 Grad, die könnt ihr hier exakt einstellen. Und das ist etwas, was die Bosch gar nicht hat. 0 Grad sind hier 0 Grad vorgegeben. Hier lässt es sich aber einstellen, sollte sich mal irgendetwas verstellt haben. Und im Möbelbau ist es schon essentiell, dass wir die Maschine richtig einstellen können. Weil nur dann ist gewährleistet, dass auch die Schnitte sauber sind, dass die Möbel bzw. die Fügeflächen alle sauber sitzen, dass die ohne einen Spalt sind und, und, und. Also man kann wirklich hier alles sauber, exakt und sehr filigran einstellen. Tja, das kann die Bosch leider nicht. Aber die Bosch glänzt natürlich durch andere Merkmale wie höhere Leistung, höhere Schnitttiefe etc. Auch die Tatsache, dass sie mit dickeren Arbeitsblättern oder bzw. mit größeren Durchmessern zurechtkommt als die Festool. Ob das allerdings die Argumente sind für den Möbelbau und für das feine Arbeiten, ja, das müsst ihr wissen. Letztendlich war das für mich die Kaufentscheidung. Also hier dieses filigrane Einstellen, diese Präzision, dieses wirklich genaue und auch diese konstruktive Verbesserung hier mit diesen beiden Anschlägen links und rechts, das war für mich das Argument. Auch hier die Fläche, ihr erinnert euch, das war für mich ein Riesenargument, mir diese Maschine genauer anzuschauen. Es gibt noch ein weiteres Kriterium, das will ich euch an Form dieser Führungsschienen, der Auflage letztendlich an den Führungsschienen zeigen. Wenn ihr die Sägen jeweils auf ihren Führungsschienen positioniert, dann seht ihr hier, wenn ihr die Schiene der Festool nehmt mit dieser Nut auf der Seite, dann seht ihr, dass die Säge hier über diese Schiene nicht hinausragt vom Schienenbett oder vom Führungsbett. Und hier, die Bosch hingegen, ragt hier drüber hinaus. Das hat dann Auswirkungen, wenn ihr mit diesen Bolzen arbeitet. Ich zeige euch, was ich meine. Wenn ihr, wie ich, mit so einem Multifunktionstisch arbeitet, dann habt ihr so ein Lochsystem. Und mit diesem Lochsystem könnt ihr natürlich auch größere Platten, also größere Multiplexplatten oder Tischlerplatten oder sonstiges, auf den rechten Winkel schneiden. Im Übrigen, da gibt es ein Video dazu, zu einem System, wie ihr den selber bauen könnt. Das verlinke ich dir oben in der Videobeschreibung. Guckt ihr dieses an, das ist ein Zweiteiler. Und dort wird dieses System, wie ihr diese Löcher wirklich exakt genau positionieren könnt, beschrieben. So, ich habe euch mal stilistisch hier so einen Aufbau produziert, so einen angebaut. Ihr habt diese beiden Bolzen, dort legt ihr die Platte an. Und jetzt wollt ihr diese Kante dazu rechtwinklig schneiden. Und das ist bei der Festhol, mit der Festholschiene. Ihr legt hier die Schiene an, an diese beiden Bolzen. So, und könnt dann hier abschneiden. Der Punkt ist, diese Säge läuft hier an den Bolzen vorbei, an diesen Bolzen. An diesen, da läuft sie vorbei. Wenn ihr das Ganze mit der Bolzschiene macht, dann habt ihr hier ein Problem. Und dieses Problem als solches, das wollte ich weg haben und wollte letztendlich eben hier mit den entsprechenden Führungsschienen auch mit diesem System arbeiten. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, dann nimm doch die Festholschiene, mach die Festholschiene dran, setz die Säge auf, weil die läuft ja auch auf der Festholschiene. Das ist richtig, das tut sie auch, aber dieser Motor, dieses Motorgehäuse, baut ziemlich tief, also ziemlich weit nach außen. Und wenn ihr den neigt, ja, dann kommt dieses Gehäuse relativ weit runter. Und wenn es weit runter kommt, stößt es eben auch wieder hier an. Das macht die Festhol natürlich auch, aber ich komme trotzdem über diese Bolzen hinweg. Und das war für mich auch ein Riesenargument. Ist zwar ein zweitrangiges Argument, weil ich könnte auch mit der Schiene arbeiten oder mit der Säge arbeiten, aber ihr habt hier gesehen, was für eine Präzision damit verbunden ist. Und dass dieser Sägeschnitt dann wirklich auch 90 Grad sind, das war für mich wichtig. So, lasst mich aber nochmal ganz klar sagen, beide Sägen machen einen Top-Job. Beide Sägen sind sehr gut. Und es ist immer die Frage, was für einen Anwendungsfall du hast. Ja, also hast du gewisse Anforderungen an Präzision, dann würde ich sagen, hat die Nase hier die Festhol vorne. Hast du Leistungsdaten im Vordergrund, hast du Schnitttiefe im Vordergrund, dann ist diese Säge hier mit Sicherheit die bessere Wahl. Also insofern, es ist deine Anforderung, die letztendlich den Kauf hier so ein bisschen bestimmt. Für mich war einfach wichtig, dass ich hier auf meinem Multifunktionstisch hier mit einer entsprechenden Präzision arbeite. Und das beantwortet nämlich auch die Frage, warum habe ich mir die Säge zusätzlich gekauft. Das war einfach, sie verfügt einfach über Features, die diese Säge nicht hat. Und ich möchte beides in der Werkstatt haben und darauf zugreifen können. Und deswegen habe ich die Säge mir zusätzlich gekauft. Beide nehmen sich preislich nicht viel. Sie liegt leicht über, also die Festool liegt leicht über 400 Euro. Ich habe sie für 403, 405 plus Versandkosten etc. gekauft. Und hier bei der Bosch, ich habe sie gegoogelt und immer Stand August 2022 liegen wir bei 380, 385 Euro, glaube ich. Also, sie nehmen sich nicht viel. Es ist die Frage, wie gesagt, deines Anwendungsfalles. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir die Art und Weise, wie hier Maschinen vorgestellt, getestet oder auch, ich sage mal, die Argumente, warum das und nicht das oder andersrum gezeigt wird, dann würde ich sagen, Daumen nach oben und den Kanal abonnieren. Ganz, ganz schnell abonnieren, denn dann verpasst du nicht, wenn diese Videos von mir hochgeladen werden. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns vielleicht beim nächsten Möbelprojekt oder bei der nächsten Maschinenvorstellung, wie auch immer wieder. Bis dahin, macht's gut. Servus.